Ich gehe nirgends hin, bis es sicher ist. Das ist ein Angegen an mich. Ich bin froh, dass ihr Mädchen in Sicherheit seid. War gar nicht schwer. Jetzt müssen wir nur noch durch das Tor. Moment, ich habe eine bessere Idee. Und ich werde eure Hilfe brauchen. Wer niemals das Gehorchen gelernt hat... Nächel, mein Freund hier wird die Erkundung für euch übernehmen. Es ist einfach zu gefährlich, wenn dieser Schlüssel irgendetwas mit dem Knochenpalast zu tun hat. Was? Nein, das ist nicht fair. Wir haben die ganze Arbeit getan. Wenigstens hätten wir ein Abenteuer. Schon gut, Schwester Herz. Wenn es sicher ist, führe ich euch später durch. Na gut. Aber nicht den ganzen Ruma ansprungen und Joko allein besiegen. Keine Angst. Wenn ich ihn... Das muss das Tor sein, mit dem sie geredet haben. Mal sehen, ob das funktioniert. Das war's für euch. Damit hast du ja nichts gewonnen. Stark! Was ist das? das muss die hauptkammer sein was geht hier vor was ist das für ein ort eine frage